Jetzt können Sie richtig viel sparen in unserem großen Herbst-Sail, aber seien Sie bitte unbedingt schnell, wenn Sie bestellen, denn die Nachfrage ist extrem groß, gerade weil Sie im Herbst-Sail extrem viel sparen. Solche Preise, die wir Ihnen jetzt anbieten, gab es so noch nie. Aber auch diese Produktkategorie, die wir Ihnen hier zeigen, ist natürlich sehr speziell, aber für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, die wissen natürlich auch, für was Sie das eben einsetzen wollen. Und deshalb ist das jetzt auf jeden Fall clever, weil Sie hier auch wirklich unfassbar viel Geld sparen. Ja, und Sie werden das sofort sehen, wenn Sie wissen, was damit zu tun ist. Wir haben Akkuspeicher, verschiedene in dieser Sendung, 12-Volt-Akkuspeicher für Solaranlagen und am Ende auch, und da möchte ich gleich jetzt schon mal darauf hinweisen, ein 48-Volt-Wandspeicher mit fast 5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Aber fangen wir ganz, ganz klein an. Viele haben Solaranlagen mit Speicher. Das kann natürlich auch mobil sein, das kann im Boot sein, das kann im Wohnmobil sein oder auf kleinen Anlagen zu Hause. Und die Speicher sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Vielleicht auch noch alte Blei-Akkus, die unglaublich groß und schwer sind. Und die könnte man jetzt austauschen oder eine bereits vorhandene Speicherlösung auch noch erweitern. Voraussetzung wäre bei unseren ersten vier Modellen 12 Volt, obwohl man das auch erhöhen kann. Da kommen wir aber später noch dazu. Also beginnen tun wir mit dem kleinsten, den haben wir nicht mal physisch im Haus, aber da ist er. 30 Amperestunden hat er oder 384 Wattstunden Speicherkapazität und 12 Volt. Es ist ein hocheffektiver und moderner Speicher mit Lithium-Eisen-Phosphat-Akkutechnologie, Batteriemanagement-System, das Ganze mit tausenden von Ladezyklen, sodass man hier, und Sie sehen es da unten, eine sechsmal längere Lebensdauer prognostiziert als bei herkömmlichen Akkutechnologien. Und die Sicherheit ist auch sehr hoch. Mir ist von dieser Akkutechnologie noch nie von einem Malheur zu Ohren gekommen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Hier sehen wir 3000 Ladezyklen und da finde ich die zehn Jahre, die drunter stehen, ein bisschen untertrieben. Denn wenn ich sie tagtäglich voll und leer mache, bin ich schon bei zehn Jahren. Und dann habe ich immer noch um die 80 Prozent der Akkuspeicher. Und das ist natürlich schön. Da sehen wir Reihen- und Parallelschaltung bis zu vier Akkus möglich. Was ist da der Unterschied? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel 24 Volt oder 48 Volt brauche, würde ich in Reihe schalten. Das heißt, dann würde sich die Spannung addieren. Und wir haben ja zum Beispiel auch eine Hybridanlage. Da braucht man 24 Volt. Dann wären es zwei dieser 12-Volt-Speicher in Reihe geschaltet. Wenn man das Speichervolumen erhöhen will, also sich mit sich addieren, dann müsste man sie parallel schalten. Dann würde sich das Speichervolumen verdoppeln. Die Voltzahl würde gleich bleiben. Aber Leute, die sowas brauchen, wissen das. Und die erkennen jetzt auch diesen einzigartigen Preisvorteil. Denn auch unsere kleinste Lösung für 69,99 Euro ist ein noch nie dagewesener Preis. Übrigens mehrere unserer Akkus sind bereits ausverkauft. Und auch bei denen, die wir Ihnen jetzt zeigen, wird es langsam eng. Kein Wunder. Wir schauen mal auf den Preisvorteil im Vergleich zum schon günstigen Pearl.de-Preis. Ja, und da sehen wir, wir wären bei 107 Euro. Also sparen Sie hier 37 Euro, weil Sie gerade unseren Herbst-Sales schauen. Und das ist wirklich fantastisch. 69,99 Euro. Ihr TV-Sonderpreis, Sie bestellen. Und man nenne sich dann auch direkt die ME1275 und die 569. Und das macht einfach wirklich Sinn, eben wenn Sie eine Solaranlage haben. Und eben jetzt auch wissen, was Sie mit diesem Akkuspeicher machen. Weil damit können Sie dann eben die Sonnenenergie einfangen für eben die Abend- oder auch die Nachtstunden. Und das ist ja dann die Zeit, wo wir dann auch zu Hause sind. Weil tagsüber geht es uns, denke ich, wirklich oder vielen so, dass man da einfach unterwegs ist. Deshalb nutzen Sie hier diese Chance aus. Ich finde auch 69,99 Euro ist wirklich ein Spitzenpreis. Ja, das ist ein einzigartiger Preis, das können wir wirklich sagen. Und wer jetzt was in der Größenordnung sucht, der wird das auch feststellen. Und selbst wenn Ihre Batterie, egal wo sie eingebaut ist, noch gut ist, können Sie jetzt einen Ersatzakku kaufen. Ja, weil der kann nicht mehr günstiger werden. Das ist sicher. Ja, seien Sie schnell beim Bestellen mit der MB1275 und der 569 kommt dieser Akku dann zu Ihnen. Und ich kann Ihnen auch wirklich nur nochmal sagen, seien Sie auch sehr, sehr schnell. Im Herbst haben wir schon wirklich gemerkt, dass die Nachfrage extrem groß ist, weil es eben solche Preise sind, die es hier noch nie gab. Und deshalb ist die Nachfrage auch immer richtig hoch. Und die Sachen sind dann auch immer ruckzuck ausverkauft. Deshalb lassen Sie es gar nicht so weit kommen. Beim nächsten Modell sparen Sie ganze 108 Euro. Wie toll ist das denn? Ja, wir werden wesentlich größer in der Kapazität. Wir bleiben bei der Spannung 12 Volt. Ja, auch hier gilt wieder, man kann den parallel schalten, dann würde sich die Speicherkapazität addieren. Oder in Reihe, dann würde sich die Spannung addieren. Also hier einen. Und zwar mit einer Kapazität von 100 Amperestunden oder 1,28 Kilowattstunden. Und ebenfalls Lithium-Eisen-Phosphat-Akkutechnologie. Und hier steht auch, ideal für Solaranlagen, hocheffiziente Energiespeicher mit App-Kontrolle. Und das ist auch noch was Wichtiges. Wir haben hier auch, und ich möchte Sie einfach mal ein bisschen neigen, das darf man übrigens bei Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus tun, ohne Probleme. Da sehen Sie eine Anzeige. Und hier kann ich mir einerseits die Kapazität, andererseits auch die Spannung anzeigen lassen. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Das Ganze ist App-fähig. Man kann das per Bluetooth mit seinem Handy verbinden. Und dann sieht man das auch immer direkt auf dem Handy. Muss man nicht mal ans Display gehen. Aber das ist so ein Zusatz-Fact, was ganz wichtig sein könnte, auch um mal die Kapazitäten oder auch die Effektivität der Solaranlage zu überprüfen. Wie viel hat er denn heute aufgeladen? Wie viel ist mir übrig geblieben an Kapazitäten, das ohne ans Gerät zu laufen? Also ich finde das genial. Und wer sich mit Akkutechnologie auskennt und so eine Solaranlage hat, der wird jetzt zugreifen, weil 219,99 Euro für 1,28 Kilowattstunden Speicherkapazität ist ein außergewöhnlich günstiger Preis. Das können wir sagen. Und da geht nur bei uns im Herbstzähl. Und ich möchte noch mal erwähnen, dass viele Produkte bei uns im Herbstzähl schon ausverkauft sind. Und auch hier bei unserer Akkutechnologie sind wir auf den letzten Stückzahlen, weil unsere Zuschauer, aber das wissen wir ja auch schon aus vielen Jahren Erfahrung, einfach clever sind und solche Sonderangebote erkennen. Wir schauen auch hier auf den schon günstigen Preis bei Pearl.de. Ja, und dann sehen Sie auch, dass Sie 108 Euro sparen, weil Sie jetzt einfach Pearl.tv eingeschaltet haben. Deshalb seien Sie auch hier schnell bei Pearl.de wären wir hier bei knapp 330 Euro. Aber Ihr TV-Sonderpreis liegt eben bei 219,99 Euro. Kommt auch noch Versandkostenfrei zu Ihnen. Auch das nochmal ein sehr großer Vorteil. 108 Euro sparen Sie, wenn Sie jetzt bestellen, mit der Bestellnummer der MB 1290 und natürlich der 569. Bitte vergessen Sie niemals die 569. Damit bekommen Sie eben diesen TV-Sonderpreis. Und das bedeutet natürlich auch unseren Herbstzählpreis. Und ich finde das wirklich klasse, dass man jetzt gerade auch bei diesen Speichern, die super beliebt sind, eben bei den Personen, die das auch anwenden können und brauchen, finde ich es einfach so klasse, dass man jetzt bei dem Modell 108 Euro sparen kann. Also lassen Sie es echt nicht so weit kommen, dass die zum Beispiel ausverkauft sind. Was auch wirklich passieren kann, weil wir haben es auch schon bei anderen Artikeln gesehen. Die Nachfrage ist immer sehr groß. Die ist riesengroß und das auch zu Recht, weil auch die Qualität herausragend ist. Gerade mit dieser Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie sind wir ganz weit vorne. Das intelligente Batterie-Management-System sorgt auch dafür, dass wirklich optimal be- und entladen wird. Und hier nochmal mit der Fähigkeit über eine App das Ganze auch noch zu kontrollieren. Füllstand und auch Spannung hilft nochmal ein Stück weiter, auch mal Batterieleben oder Akkuleben zu verstehen. Aber dieser Preis ist und bleibt einzigartig. Wir hatten, ich möchte es nochmal sagen, mehrere Speicher im Programm, aber einige davon sind schon ausverkauft. Ja und damit der nicht ausverkauft ist, seien Sie schnell beim Bestellen. Ich nenne Ihnen gerne nochmal die Bestellnummer, die MB 1290 und die 569. 219,99 Euro und das ist wirklich ein Spitzenpreis. 108 Euro sparen Sie im Vergleich zu Pearl.de. Kommt dann auch noch Versand kostenfrei zu Ihnen. Also seien Sie auch da wieder richtig schnell beim Bestellen. Jetzt haben wir aber auch schon den nächsten Akku für Sie und hier sparen Sie weit über 200 Euro. Ja und wir legen nochmal eine richtige Schippe drauf, also um 50 Prozent an Kapazität. Wir sind hier immer noch im 12-Volt-Bereich. Wie gesagt, wenn Sie 24 Volt brauchen, bitte zwei der jeweiligen Akkus bestellen und die in Reihe schalten. Aber hier haben wir 150 Amperestunden Speicherkapazität bzw. 1,92 Kilowattstunden. Und trotzdem, und das ist auch ein Riesenvorteil der Akkutechnologie, ist der beweglich, ist er tragbar. Also ich muss kein Bodybuilder sein, der hat gerade mal 16 Kilo. Wer früher mal Bleiakkus versucht hat zu bewegen in dieser Größe, der wird gemerkt haben, dass er da ganz schnell an seine körperlichen Grenzen kommt. Bleiakkus, früher das Nonplusultra, heute eigentlich nur noch bei Gabelstaplern eingesetzt. Warum? Weil man sie dort als Gegengewicht braucht für das Gewicht, das man halten will. Aber hier, solche Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die sind einfach für mich die Zukunft. Das ist die beste Technologie. Und ich möchte jetzt nicht hier erklären, wer wann solche Akkus braucht, sondern ich möchte die Personen unter Ihnen ansprechen, die jetzt genau diesen Preisvorteil erkennen. Die sagen, so ein Speicher mit fast zwei Kilowattstunden für diesen Preis, das ist wirklich einzigartig. Und wenn Sie das erkannt haben, dann greifen Sie auch sofort zu. Bitte keine Zeit mehr verlieren. Natürlich kommen die Modelle hier auch Porto- und Versandkosten frei zu Ihnen, wie alles bei uns, was ab 150 Euro Porto- und Versandkosten frei ist. Also da haben wir auch keine Zusatzkosten. Und hier muss ich sagen, ist es einfach ein unglaubliches Angebot. Wir hatten am Anfang, als wir diese Speicher auf Sendung genommen haben, hatten wir Angst, dass unsere Zuschauer nicht genau wissen, kann ich das gebrauchen. Aber Sie wissen genau, ob Sie es brauchen können. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was soll ich mit so einer Batterie machen, dann ist das ganz klar, brauchen Sie nicht bestellen, weil dann können Sie es nicht gebrauchen. Aber die, die erkannt haben, das für was das ist, was Sie haben, Boot, wie gesagt, das kann auch ein Campingmobil sein. Denn hier stehen sogar noch Solaranlagen von Booten, Camping, Marine, Off-Grid-Anlagen, Quad-Quads und Elektromotoren. Und Sie haben vielleicht noch eine andere Verwendung. Eckdaten nochmal, 12 Volt, 150 Amperestunden und 1,92 Kilowattstunden. Das sind die wichtigen Daten. Und jetzt natürlich noch der Preis. Monika hat die Ersparnis schon angesprochen, aber wir schauen uns das nochmal gemeinsam auf Pearl.de an. Ja, unbedingt, weil da sehen Sie auch wieder, wie viel Sie sparen und wie clever das ist, jetzt unseren Herbstzell hier anzuschauen. 319,99 Euro unser TV-Sonderpreis bei Pearl.de wären wir bei knapp 545 Euro, also Ihre Preisersparnis bei über 224 Euro. Und das einfach nur, weil Sie jetzt gerade eingeschaltet haben. Also das ist wirklich einfach nur hervorragend. Die Bestellnummer, die MW 1276 und die 569. Gerne natürlich auch hier wieder richtig schnell sein, weil sonst kann es auch sein, dass die Nachfrage einfach so groß ist. Dass es dann eben ausverkauft ist und wir machen jetzt weiter nach dem nächsten Akku. Ja, und das ist im Prinzip der gleiche Akku nochmal mit den gleichen Daten. 12 Volt, 150 Amperestunden, 1,92 Kilowattstunden Speicherkapazität. Aber jetzt in der Luxusvariante eben mit diesem LCD-Display und mit der Möglichkeit per Bluetooth sein Handy mit kostenloser App mit diesem Akku zu verbinden, um dann immer die Spannung und den Füllstand kontrollieren zu können. Auch wenn man nicht am Gerät ist, das ist vielleicht unterwegs im Wohnmobil sehr, sehr hilfreich. Aber ich muss auch hier wieder sagen, in der Luxusversion sind wir immer noch weit unter dem Normalpreis von ähnlichen Speichern. Und deshalb, wer das jetzt sieht, der erkennt das. Und wenn Sie auch nur im Freundeskreis jemanden haben, der gesagt hat, ach, der Akku geht so langsam in meinem Wohnmobil oder im Boot oder bei meiner Solaranlage so langsam über den Jordan, wie man so schön sagt, dann rufen Sie den an, sagen Sie hier bei Pearl TV. Bei Pearl TV gibt es unglaubliche Sonderangebote, was Energiespeicher angeht. Wir haben ja auch Hybridanlagen, wo man solche Speicher auch benötigt. Da unsere Kleine, die braucht 24 Volt Betriebsspannung. Das heißt, dann werden in dem Fall wieder zwei in Reihe geschaltet. Oder wenn Sie das schon haben, dann können Sie mehrere parallel schalten. Dann erhöhen Sie die Speicherkapazität. Die addiert sich jeweils. Also nochmal in Reihe geschaltet, das wäre dann die Addition der Voltzahl, also die Spannung. Und in parallel geschaltet wäre es die Addition ganz einfach der Kapazität, die sich dann entsprechend verdoppelt bzw. addiert, wenn es drei sind oder vier. Das ist ja auch möglich hier. Ist es möglich? Und dann hat man eben mal einen riesengroßen Speicher, wobei fast zwei Kilowattstunden schon ein enorm großer Speicher für normale Anlagen sind. Aber jetzt zu einem enorm kleinen, vergleichsweise kleinen Preis. Ja, auch hier wieder schnell sein lohnt sich auf jeden Fall. Denn dann bekommen Sie noch unseren super Herbst-Sale-TV-Sonderpreis. 349,99 Euro Ihr TV-Sonderpreis. Die Bestellnummer, die MB 1291 und natürlich die 569. Und auch hier sparen Sie natürlich auch wieder einiges im Vergleich zu Pearl.de. Deshalb auch hier kann ich Ihnen wirklich nur raten, seien Sie bitte schnell. Denn wir haben es schon mehrfach erlebt, dass manche dann eben auch einfach zu langsam waren, weil unser Herbst-Sale eben super angenommen wird. Und gerade eben auch bei dieser wahnsinnigen Preisersparnis, die hier wir haben in unserem Herbst-Sale, ist es einfach nur hervorragend. Deshalb seien Sie da, einfach bitte unbedingt schnell, wenn Sie einen von diesen richtig tollen Akkus eben auch zu Hause haben wollen. Oder vielleicht eben auch mehrfach, weil man kann die natürlich auch mehrfach bestellen. Jetzt haben wir noch was richtig Praktisches, nämlich zur Wandmontage. Ja, und vor allem jetzt, wer jetzt erkennt, was das für eine Preissensation ist, der rennt sofort zum Telefon. Kurz die technischen Daten. Ein Wandakku, das hat Monika schon gesagt, natürlich wieder Lithium-Eisen-Phosphat-Akku-Technologie mit Batterie-Management-System, mit dieser hohen Sicherheit, mit dieser hohen Langlebigkeit. Hier sprechen wir wieder sogar von 6000 Ladezyklen. Jetzt kommen wir aber zu den technischen Daten. 48 Volt ist die Betriebsspannung und das Speichervolumen 4,8 Kilowattstunden. Ja, und ich weiß, ich weiß, dass solche Speicher oftmals Tausende von Euro kosten. Und deshalb, wenn Sie jetzt diesen Wert erkennen, gehen Sie ans Telefon. 799,99 Euro. Passt natürlich genau zu unserer großen Hybridanlage. Da braucht der Hybridinverter 48 Volt Betriebsspannung und die Speicherkapazität ist hier auch herausragend. Aber der kann auch bei vielen anderen Anlagen hier wunderbar passen. Jetzt muss ich das ein bisschen vorsichtig formulieren, weil das unterschiedlich ist. Viele haben On-Grid-Anlagen, also Anlagen, wo sie sehr viel Strom speichern oder Strom erzeugen und den Strom, den sie nicht brauchen, an den Netzbetreiber verkaufen. Das soll in Zukunft gar nicht mehr möglich sein. Da muss man eher noch Strafgebühren bezahlen. Dann würde es Sinn machen, einen solchen Speicher zwischenzuschalten. Aber jetzt kommt das Aber. Ihr Inverter muss dazu in der Lage sein. Ich weiß, dass viele dieser Anlagen schon in der weisen Voraussicht, mal einen Speicher anzuschließen, gebaut wurden. Es wurde da nur auf den Speicher aufgrund der hohen Kosten verzichtet. Ich kann das wirklich aus erster Hand sagen. Eine Kollegin von uns hat ein Angebot bekommen für einen Speicher ein bisschen größer. 7,5 Kilowattstunden für dreieinhalbtausend Euro. Jetzt kaufst du zwei von dem. Dann bist du bei 1600 und hast fast 10 Kilowattstunden. Also dieser Preisvorteil ist einzigartig. Und jetzt schauen Sie mal, das ist ein schon günstiger, im Vergleich schon günstiger Preis. Unser Preis auf Pearl.de. Ja, und jetzt sehen Sie auch Ihre Preisersparnis. Bei Pearl.de wären wir eben bei 1390 Euro hier knapp. Und Ihr TV-Sonderpreis liegt da nochmal 589,08 Euro drunter. Sie sparen hier 590 Euro, können wir sagen. Und Ihr TV-Sonderpreis liegt bei 799,99 Euro. Ist das jetzt nicht fantastisch? Also nutzen Sie hier bitte die Gelegenheit aus. So viel Geld können Sie sparen hier, 590 Euro knapp. Also das ist ja Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Wer das jetzt erkennt, rennt sofort ans Telefon. Natürlich kommt auch dieses Gerät Porto und Versandkosten frei zu Ihnen. Und vielleicht haben Sie eben neben Ihren Inverter noch Platz. Dann montieren Sie den bitte. Der ist vorgesehen zur Wandmontage. Ist aber dann absolut wartungsfrei. Den Anschluss übernimmt bitte eine Firma. Das sollten Sie nicht selber machen. Aber wenn Sie jetzt sehen, wenn Sie ein ähnliches Angebot vielleicht auch im Haus haben für Speicher von 3000, 4000 Euro für ähnliche Speicher, dann holen Sie die. Natürlich können Sie auch mehrere kaufen. Ich habe es gerade gesagt, wenn Sie jetzt 9,6 Kilowattstunden haben wollen an Speicherkapazität, die kann man genauso parallel schalten. Aber 4,8 Kilowattstunden wird für viele schon eine Offenbarung sein. Das ist so ungefähr, das ist mehr. Das ist mehr Speichervolumen, als ich in meinem Haushalt am ganzen Tag brauche. Also das ist schon enorm. Und wer das jetzt erkennt, der rennt ans Telefon. Weil wir haben, wir sind da wirklich ein bisschen überrascht. Weil wir von Anfang an gesagt haben, dieses Produkt ist so speziell, dass wir nicht wissen, ob unsere Kunden verstehen, wer das alles nutzen kann. Aber Sie sind wieder mal so clever, wie wir das immer wieder bemerkt haben. Und Sie haben es bemerkt. Aber da bitte auch schnell sein. Wenn die weg sind, wir bestellen die natürlich nicht nach, wir räumen unsere Lager. Wenn die weg sind, dann zahlen Sie halt wieder für einen ähnlichen Speicher 3000, 3500 Euro, 799,99 Euro. Das ist Ihr Preis hier im Moment bei Pearl TV. Ja, die Bestellnummer, die MB 1130 und natürlich die 569. Und ich muss mich hier nochmal wiederholen, Sie sparen hier 590 Euro knapp. Also lassen Sie sich das nicht entgehen. Aber lassen Sie sich natürlich auch nicht die Preisersparnis bei unseren Vorgängermodellen entgehen. Auch hier sind wir wirklich auf richtig tollen Herbst-TV-Sale-Preisen. Deshalb seien Sie bitte schnell. Wir haben es schon echt erlebt. Die Nachfrage ist extrem groß. Also jetzt zum Hörergreifen. Und dann lassen Sie den Schuss-TV-Sale-Vorgäng. Vielen Dank.